das sind die besten fünf hunderassen für familien als hundeliebhaber und hundeliebhaberin möchtest du sicher eine hunderasse finden die sich perfekt für deine familie eignet aber welche hunderassen sind die besten für familien hier sind fünf hunderassen die sich als treue und liebevolle familienhunde bewährt haben golden retriever der golden retriever ist ein echter familienhund er ist freundlich liebevoll und loyal und hat einen ausgeglichenen charakter diese hunderasse liebt es zeit mit seiner familie zu verbringen und ist bekannt für seine geduld mit kindern der labrador retriever der labrador retriever ist eine der beliebtesten hunderassen der welt und das aus gutem grund diese hunde sind intelligent aktiv und haben einen freundlichen charakter sie sind leicht zu trainieren und lieben es zeit mit ihrer familie zu verbringen ein beagle der beagle ist ein fröhlicher und verspielter hund der perfekt für familien geeignet ist er ist aktiv und energiegeladen und liebt es im freien zu sein beagles sind auch bekannt für ihre geduld mit kindern und sind daher eine großartige wahl für familien mit kindern berner sennenhund der berner sennenhund ist ein großer und freundlicher hund der für seine sanftheit und loyalität bekannt ist diese hunde lieben es zeit mit ihrer familie zu verbringen und sind sehr anhänglich sie sind auch geduldig und liebevoll mit kindern was sie zu großartigen familienhunden macht ein boxer der boxer ist ein treuer und verspielter hund der für seine energie und freude am leben bekannt ist diese hunde sind sehr anhänglich und lieben es zeit mit ihrer familie zu verbringen sie sind auch bekannt für ihre geduld mit kindern und ihre fähigkeit sich gut an das familienleben anzupassen wie du siehst gibt es viele großartige hunderassen die sich perfekt für familien eignen aber es ist egal für welchen hund du dich entscheidest stelle sicher dass du dir zeit nimmst um deinen hund kennen zu lernen und ihm die liebe und aufmerksamkeit zu geben die er verdient so wird er zu einem treuen begleiter für dich und deine familie in diesem sinne viel glück bei der suche nach deinem neuen familienmitglied